Es ist ein unglaublicher Moment für Mankau. Die Inderin gewinnt mit 101 Jahren die Goldmedaille im 100 Meter Lauf bei den Worldmaster Games in Neuseeland. Dass sie dafür eine Minute und 14 Sekunden benötigt, ist unbedeutend. Als einzige Starterin in der Kategorie 100 Jahre und älter wird Mankau die Goldmedaille zugesprochen. Der Erfolg ist für die Inderin weniger wichtig. Es geht ihr vor allem um die Freude am Laufen. Ich bin sehr froh hier zu sein. Es fühlt sich an, als wäre jeder mein Sohn. Es bringt mir Freude. Ich laufe, gehe. Ich bin voller Freude. Solange ich am Leben bin, werde ich weiter rocken. Mankau will ihre Laufkarriere weiterhin fortsetzen und auch bei den kommenden Worldmaster Games erneut antreten. Vielleicht hat sie beim nächsten Mal ja sogar eine Konkurrentin. Wir drücken der sportlichen Inderin die Daumen. Die Weights ist für eine Konkurrentin! Das war eine patriotische 팬at fatte concret SAP-Schmwife, Das war ein kleines Dank.